Wir sind heute in einer neuen Folge zum Papp-Podcast. Papp-Podcast. Sag es mal dreimal hintereinander. Papp-Podcast. Papp-Podcast. Schneller. Der Papp-Podcast. Der Papp-Podcast. Gespräche über das Vater werden und das Vater sein. Über Freude und Sorgen. Über volle Windeln, zu wenig Schlaf und fröhliches Kinderlachen. Offen, unschön und manchmal sogar witzig. Der Papp-Podcast. Muss ich noch irgendeinen Starter bringen? Wir sind heute in einer neuen Folge. Das wäre jetzt bereits der Starter, ja. Okay. Und wir reden heute über das Thema Paarbeziehungen nach der Geburt von Kindern. Kind, Kinder. Aber sicher Paarbeziehungen nach der Geburt vom ersten Kind. Jede Geburt ist ein neuer Abschnitt für jede Form von Beziehung. Eine riesige Veränderung. Das Leben verändert massiv. Um das riesen Wort einzubringen. Wie hast du das empfunden? Wir wollen es ja vor allem aus der Sicht der Väter nachschauen. Ja, ich glaube, das ist der einschneidendste Lebensmoment, den ich je erlebt habe. Ja, die Geburt von einem Kind. Und ja, die Paarbeziehungen, die verändern sich massiv. Ja, absolut. Aber das bin ich mir, glaube ich, auch erst im Nachhinein bewusst geworden. Das realisierst du in diesem Moment gar nicht so. Weil eben, die wahnsinnige Veränderung, da hast du den Fokus so nur auf das Kind oder ein späteres Kind. Es dreht sich einfach alles nur um das. Und da rationalisierst du so ein bisschen die Perspektiven auf dich selber beziehungsweise. Die Paarbeziehung, würde ich sagen, habe ich jetzt einfach wegrationalisiert. Und ich fange das erst jetzt immer deutlicher an zu schnallen, dass wir eigentlich nicht mehr das Paar sind, seit wir Kinder haben, als bevor wir alleine waren. Oder wir können es anders sagen. Es gibt ja da wissenschaftliche, fachliche Ausdrücke. Am Anfang bist du in einer sogenannten Diade. Also wenn jetzt nur du mit deiner Partnerin zusammen bist, Diade des Zweiten. Und wenn dann das Kind dazukommt, dann kommt es auf einmal in eine Triade. Also eine sogenannte Triangulation. Also das heisst, in einer Zweibreziehung kommt noch jemand dazu. Also man kann sich das vorstellen wie ein Dreieck. Also von einem Strich zwischen zwei machen wir halt jetzt auf einmal eine geometrische Konstruktion von einem Dreieck. Und das ist eine ganz klare Veränderung. Und eine Veränderung, die sich auf Beziehungen auswirken tut. Und das Verrückte daran ist ja, man kann sich noch so gut vorbereiten, es kommt anders. Ja, ganz genau. Man kann Fachliteratur oder… Ja, also ältere Ratsgeber. Ältere Ratsgeber. Genau, kannst du lesen. Ich glaube, mittlerweile ist das standardmässig, dass es immer irgendwie einen Hinweis hat. Also ältere Kürse oder Geburtsvorbereitungskürse ist das, glaube ich, einfach gesetzt, dass du das Thema aufnimmst. Im Sinne von, hey, Paarbeziehung wird sich dann verändern. Das ist schon mal gut. Ich glaube, das ist nicht immer so gewesen, sondern da bist du einfach wirklich voll Hannes kalte Wasser hingeschossen worden. Mittlerweile ist es einfach so, du weisst es wohl. Oder eben vom Gehörensagen, die Paarbeziehung verändert sich dann im Fall. Obacht. Aber was dann wirklich heisst, ja, das musst du, glaube ich, erleben. Das kann man nicht… Ja, ich würde mich schwer tun, um jetzt da wirklich genau zu sagen, ja, was verändert sich dann. Genau, das ist ja dann noch bei jedem ein bisschen anders. Absolut, ja. Also wir haben kein Rezept heute. Wir wissen nicht genau, was es bedeutet. Wir wissen bestenfalls von uns selber, wie es für uns gewesen ist. Wir wissen vielleicht auch ein bisschen angelesen, wie es bei anderen ist. Wir wissen aus Paartherapien oder von Freunden, Kollegen, Bekannten, Verwandten, dass es nicht einfach ist. Aber eben, wie du am Anfang gesagt hast, man muss es noch selber erfahren, um dann mitreden zu können. Wir hatten ja schon ein Thema, das wir so quasi auch keine Ahnung hatten. Jetzt haben wir zumindest ein bisschen Ahnung. Wir haben es selber erlebt. Genau, wir haben es selber erlebt, ja. Ich würde jetzt mal die Frage stellen. Ja, ist ein Kind ein potenzieller Krisenfaktor für Paarbeziehung? Ein potenzieller Sicherer, ja. Also, weisst du, ich meine, können wir jetzt statistische Zahlen nehmen? Ich glaube, wenn man die Scheidungsraten anschaut, statistisch, man hat ja nur die Scheidungsraten. Also sprich, die, die in einem Ehepunkt eingegangen sind. Jetzt älteren Paar, die nicht miteinander verheiratet sind, das hätten wir bis dahin nicht statistisch erfassen können. Aber da ist doch, der Trainingsvorteil ist relativ gross, gerade bei jüngeren Kindern. Also die meisten Eltern, die verheiratet sind, die Kinder haben, trennen sich so im Alter von fünf bis vier Jahren. Es gibt aber deutlich auch immer mehr Eltern, die sich früher schon trennen. Man muss aber auch noch zurechnen, also da gehen wir jetzt davon aus, ja, die Scheidung ist, wenn die Kinder eben zwischen fünf und vierzehn sind. Aber die Trennung, die hat ja schon vorher stattgefunden und bis dann der ganze Scheidungsprozess ist, also kannst du eigentlich davon ausgehen. Relativ viele Eltern trennen sich, wenn die Kinder jung sind. Genau, und die Trennung hat ja auch noch einen Vorlauf, oder? Das heisst, es ist ein längerer Prozess, bis sie auch zur Trennung kommt, weil alle sind grundsätzlich beseelt davon. Deshalb tut man sich zusammen, deshalb hat man zusammen Kinder, unter Umständen, also in den meisten Fällen, weil man zusammenbleiben will. Also wäre eine Frage, ist ein Kind ein potenzieller Risikofaktor für die Paarbeziehung, sondern warum? Ja, genau. Gut, warum? Ja, es nimmt schon viel Raum ein, oder? Also das kann man, glaube ich, mal so ganz pauschal sagen. Es kann auch so klein sein, es nimmt enorm viel Raum ein, respektive je kleiner, desto mehr Raum. Und die Aufmerksamkeit, wo ein kleines Kind, ein Neugeborenes Kind, aber auch später, wenn es noch nicht so richtig gross sind, auf sich ziehen, wo sie auch brauchen, das absorbiert, so quasi die Beziehung. Männest du mir vielleicht gewisse Niederwahlenfalls könnten entstehen? Also Konkurrenz? Das erlebe ich sehr häufig, also ist mir persönlich ein Rätsel, oder, wie man auf ein kleines Kind niedisch oder eifersüchtig sein kann, aber ich erlebe es wirklich regelmässig. Das Erfättern, das sagen, ich bin so quasi wie nichts mehr wert, das Kind ist jetzt alles, oder? Also es ist ein Feuchtes, gerade am Wagen fühlen. Genau, sie sind ausgestossen, sie fühlen sich nicht gleichberechtigt, sie fühlen sich weniger wert als das Kind. Ich persönlich verstehe das nicht so recht, weil man ist ja nicht weniger wert, sondern man ist einfach anders. Man ist erwachsen, man hat noch andere Sachen zu erledigen, man hat zum Beispiel auch noch Arbeit, vielleicht hat man noch ein Hobby oder weiss ich was. Aber in der Beziehung zum Partner, zu der Partnerin, ist jemand dazwischen, wie du es am Anfang gesagt hast, das ist ein Triad. Und der ist wirklich dazwischen, der oder die. Müssen wir dann sich als Vater, wenn man jetzt in so einem Gefühl innen ist, im Sinne von «Hey, ich bin nur noch das wölfter Rad und Wagen», müssen wir ihn als aktiv einbringen, oder ist das dann allenfalls auch eher kontraproduktiv? Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen abhängig von der Gegenperson quasi, aber ich persönlich glaube schon, dass es gut ist, wenn man solche Dinge anspricht, wenn man die eigenen Gefühle oder die eigene Gefühlslage anspricht und sagt, ich komme vor wie ein fünfter Rad und Wagen. Ja, du hast vorhin gesagt, wir haben die Lösung nicht mehr. Ich würde sagen, man kann schon sagen, die Lösung wäre einfach reden, 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 aber das ist zu einfach gesagt. Vermutlich, ja, weil reden klingt viel, aber mir kommt es auch ein bisschen so vor, als würden sie miteinander aneinander vorbeireden. Oder weil so quasi die Wahrnehmung ist ganz eine andere oder eine unterschiedliche oder so. Also eben, ein Vater kommt sich dann vielleicht ausgestossen oder irgendwie so ein bisschen auf die Seite geschoben vor, oder? Und das Kind liegt dazwischen im Bett oder vielleicht steht es auch im eigenen Bett nebendran und die Aufmerksamkeit gilt dann vor allem dem Kind. Ja, und das setzt natürlich aber auch überhaupt zuerst davon aus, dass du dir jetzt als Vater auch bewusst musst sein, hey, also was stört mich denn genau oder warum habe ich das genau? Also wo fühle ich mich ausgestossen, was fehlt mir? Also eben, ist es vielleicht einfach, dass ich keine Beachtung mehr bekomme, bräuchte ich mehr Schulterklopfen, bräuchte ich mehr Anerkennung oder fehlt mir auch das Sexuelle? Das ist ein häufiges Thema, oder? Also, ja, ich glaube auch, das Tabuthema, also die Sexualität mit, also gerade nach der Geburt, wenn nicht schon in der Schwangerschaft, die verändert sich halt einfach auch ganz, ganz extrem. Ja, sicher. Aber was ist es, was stört mich genau? Also das heisst auch, du musst dich zuerst sehr, sehr selber ganz innig mit dir auseinandersetzen. Was für Gefühle habe ich da überhaupt? Ja. Und jetzt sind wir halt auch wieder über den Geschlechterrollen stereotypisch. Ich glaube, es ist nicht einfach immer per se die Stärke von den Mannen. Wir sind anders sozialisiert worden, als dass wir einfach über Gefühle in uns hinein sollen gehen und schauen, was bewegt uns dann. Ja, dabei wäre es ja eigentlich einfach, oder? Man könnte sie einfach benennen. Man könnte sagen, ich komme so und so vor. Oder, ich komme mir vor wie ein fünfter Rad am Wagen. Oder ich fühle mich eine Spur ausgeschlossen. Dann kommt als Reaktion möglicherweise, ja, das stimmt überhaupt nicht. Aber ein Kind ist eine Tatsache. Und das braucht mehr Schutz und Sicherheit und einen gewissen Rahmen. Es braucht mehr Aufmerksamkeit. Es braucht mehr Zuwendung in dem Moment. Es ist extrem schutzbedürftig. Und jede Mutter ist auch nur ein Mensch und kann nicht pauslos nur verteilen oder geben. Und da die Balance zu finden, das ist wahrscheinlich einfach, ja, schwierig. Und auch wegen dieser Schutzbedürftigkeit, also auch eben miteinander reden, ich sage auch nochmal, so einfach gesagt, Grundvoraussetzung, eben du wüsstest du überhaupt, also das stelle ich auch nochmal in Frage, also kannst du den überhaupt formulieren, kannst du es so klar formulieren, hey, ich fühle mich ausgestossen, ich fühle mich wie, ähm, nicht als Teil von dem Verbund, von dem Familienverbund oder was auch immer. Kannst du das überhaupt formulieren, aber gesetzte Voraussetzung, du könntest das, dann musst du dann auch noch Zeit haben, um das in den richtigen Rahmen diskutieren zu können. Ja, was ich viel miterlebe, ist so quasi, Väter gehen dann häufig, ähm, also schaffen grundsätzlich, das ist glaube ich auch statistisch beleidigt, schaffen mehr 100% und Frauen und vor allem Mütteren schaffen mehr Teilzeit. Ja, ich meine die, wenn ich mich nicht täusse, die aktuellste statistische Zahl, jetzt bei uns sind 87% von allen Väteren, arbeiten nach der Geburt des ersten Kindes 100%, ähm, und das zweite Kind steigt die Prozentzahl sogar noch. Ja, ja. Und bei der Frau ist es wahrscheinlich genau umgekehrt, oder? Also solange sie noch ein Kind haben, ist die Arbeitsmenge vermutlich noch mehr. Ich habe die Statistische Schwerte nicht ganz im Kopf. Ja, den habe ich auch im Kopf, ja, aber… Und dann nimmt es aber eher tendenziell noch ab. Ja. Oder das heisst, dass, äh, die Frau wirklich viel mehr mit den Kindern zusammen ist. Im Regelfall, wir müssen immer vom Normalfall reden, oder? Oder vom Regelfall. Ähm, und, und dann so quasi, der Vater das wie nicht versteht, wenn er dann heimkommt, ähm, immer noch Nummer zwei ist. Oder Nummer drei. Und dann, äh, so quasi auf die Parikade geht. Dann, äh, dann das Haustier und dann irgendwann auch mal kommt der Vater nach. Genau. Sucht ihr ein Hobby. Der Papadcast. Ja, aber auch das ist ein bisschen ganz geil, also sucht ihr ein Hobby. War es weiss, gell? Nein, ist ein guter Ansatz, aber das können ja bereits schon wieder neue Konflikte. Dann ist er noch mehr weg. Oder Störungen, ist noch mehr weg. Oder da kommen dann vielleicht plötzlich auch, ähm, Frustrationsgefühle von der Mutter im Sinne von, er darf weg. Ich muss mich die ganze Zeit ums Kinder kümmern. Dann wäre ein Ansatz, das wäre, wenn mir jetzt gerade einfallen, ja, das grosse Stichwort ist Gleichstellung. Also Gleichstellung im Sinne von, ja, Arbeit. Arbeitsteilung, ja, also möglichst Gleichberechtigung können aufteilen, ja. Aber eben, das ist natürlich einfacher gesagt als getan. Also auch da gibt es übrigens, kann ich auch noch mal ein bisschen mit Zahlen auftischen. Ich meine, es sind eben über 47% von allen Eltern, sagen, ihr Wunschfamilienmodell wäre eigentlich ein sogenanntes egalitäres Familienmodell. Also das heisst, dass sowohl für Kinderbetreuung, Haushaltsarbeit, aber auch Erwerbseinkommen, Mutter und Vater gleichgestellt sind. Also ungefähr 50-50 in allen Belangen, genau. Aber eben, wie ich vorhin gesagt habe, die Realität sieht dann nachher anders aus. Also man wünscht es sich zwar, aber, und das hat ganz, ganz viele verschiedene Faktoren meines Erachtens, warum das, dass man jetzt auch wieder, ich sage jetzt, die traditionelle Familienrollmodelle erkennen würde, ja. Ja, was sind denn für dich so die wichtigsten Faktoren, oder die wichtigsten, oder den wichtigsten Faktoren? Nein, auf das will ich mich gar nicht rauslassen, um zu sagen, den wichtigsten Faktoren gibt es nicht. Also ich glaube, das eine ist sozialisiert. Also dass wir halt doch noch sozialisiert in sehr traditionelle Familienmodelle hineinstecken. Also sprich, eben, Mutter ist zu Hause, Versorgung der Kinder, schaut um den Haushalt und Vater ist der, der Bräutchen verdient. Das sind ganz sozialisierte Rollen, die man nicht einfach so schnell, schnell wegbringt. Für mich hat es sicherlich auch noch einen politischen Aspekt. Und das andere ist auch noch wirtschaftlich. Also das ist Fakt, oder? Also Männer verdienen für die gleiche Arbeit einfach momentan immer noch mehr Geld, leider, als Frauen. Und das ist klar, also wenn du eine Familie grün ist, eine Familie hast, und es darum geht, ja, wir brauchen irgendein Einkommen, dass du dann richtig schnell auf den Punkt kommst, ja, wenn der Mann mehr verdient, dann geht halt er zu arbeiten. Ja, ich würde sagen, das sind für mich die drei Säulen, wo man Optimierungspotenzial hat, um eben, ich sage, jetzt, kann man dem Chancengleichheit in der Familienrolle zu gründen? Ja, 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 wieso nicht Chancengleichheit? Es ist einfach eine Form von Balance dann, oder, von einem Gleichgewicht, oder Gleichausgleich, oder, keine Ahnung, ich weiss es im Fall auch nicht, wie man den perfekt sagen könnte. Es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Veränderungen, oder? Also, ich kann jetzt noch mit anderen Stichwörtern kommen, also, Müdigkeit. Ich glaube, das ist einfach eine Tatsache, oder? So von wegen 16 Stunden Schlaf, ja, wenn es schläft, ist es sicher nicht dann, wenn du willst schlafen. Also, ich glaube, bei der allermeisten Familie mit einem neugeborenen Kind ist es einfach so, dass du einen massiven Schlafmangel hast. Und Schlafmangel kann ich bei mir selber führen einfach dazu, dass ich gereizter bin, oder? Dann bin ich viel, viel dünnäutiger. Das wirkt sich wieder auf die Paarbeziehung aus, oder? Ja, wenn du halt einfach einen latenten Schlafmangel hast, ja, ist das nicht gesund für die Paarbeziehung, ja? Mhm. Ich kann mich nicht mehr so erinnern, ehrlich gesagt. Aber ich glaube schon auch, Konflikte sind zahlreicher gewesen. Ich glaube, bei uns ist es nicht zahlreicher gewesen, aber sicher nicht gesünder. Also, dass man einfach gemerkt hat, hey, du hast da gewisse Frustrationen, gewisse, negativ, oder das kann ich zumindest von mir sagen, gewisse Unzufriedenheit. Aber um Harmonie zu willen, sprichst du es eben gar nicht an. Was müsste man machen, oder? Wir wissen von früher, dass Kinder selten nur von den älteren Kindseltern betreut worden sind, sondern ganz häufig auch vom familiären Umfeld, von einer Verlangenheit. Ja, es gibt auch das afrikanische Sprichwort, wenn man das Kind grossziehen braucht, das ganze Dorf, ist zum Teil ein bisschen abgeruscht, aber ich finde, der macht total Sinn. Der macht sehr viel Sinn, finde ich auch. Ich finde, es war ein sehr schönes Beispiel, abgesehen davon, es wird sehr viel gebraucht. Aber eben, was müsste man machen heute, wo wir quasi eine Kernfamilie haben und alles andere ist so ein bisschen weggegangen? Vielleicht einfach ein bisschen mehr Mut haben, um sich wieder Hilfe zu holen. Also Hilfe holen, weißt du, im Sinne von einfach mal, hey, jetzt brauchen wir als Paar auch wieder einfach mal Zeit für uns. Bei wem könnte man sich die Hilfe holen? Ich würde sagen, naheliegendsten. Also bei den eigenen Eltern, also nehmen Sie den Grosseltern der Kinder, vielleicht auch Nachbarn usw. usf. Das ist das, was ich so ein bisschen bei mir bemerke. Ich glaube, man ist eben heute in der kleinen Kernfamilie, ist man extrem geheimt, sich gerade auch in Sachen Betreuung, Unterstützung zu holen. Im Sinne von, ja, wir wissen das auch, weil es stressig ist und wollen das nicht aufmuten. Ich würde die Frage mal anders stellen. Also wenn dich jetzt jemand anfragen würde, im Sinne von, hey, kannst du uns kleine Kinder mal hüten, bräuchte das auch mal Zeit für uns? Würdest du Nein sagen? Nein, ich würde sicher Ja sagen. Ja, es wäre sicher. Also auch schon angeboten, aber ich bin noch nie gefragt worden, trotzdem. Obwohl ich es vorher schon angeboten habe. Ich würde es auch sofort Ja sagen, weil ich es auch etwas sinnvolles finde. Einfach weil wir es kenne, oder wir wissen, das ist mega. Ja, etwas Sinnvolles und etwas Schönes finden. Ja, genau. Und von dem her würde ich sagen, ja, vielleicht ein Lösungsansatz. Oder wenn ich jetzt Zeit zurückdrehen könnte, würde ich sagen, hey, Dani, kümmere dich ein bisschen mehr um das, dass du aktiver auch Unterstützung in deinem Umfeld anfragst für die Betreuung für die Kinder. Gerade dann, wenn das Kind eben noch im Säuglingsalter ist. Ja. Ich glaube, es könnte auch eine wichtige Rolle sein, die wirklich auch den Vater einnehmen könnte. Also, weil auch die Mutter so auch, ich sage es mal, reiner Rolle typisch, also mit dem Stillen und so, so halt auf das Kind fokussiert ist noch viel, viel mehr als den Vater. Er muss sein, das ist auch gut so, dass das vielleicht eben gerade genau die Rolle vom Vater sein kann und sagt, hey, jetzt schaue ich einmal, dass das unser Kind auch betreut wird. Jawohl. Und dass wir einfach mal einen schönen Abend getan haben. Ja. Ich komme gerne auf den Jesper Juhl. Ich finde, der Jesper Juhl, also Familientherapeut, leider verstorben. Er hat das Buch rausgegeben, Mann und Vater sein. Und in einem Kapitel kommt er für mich mit einem Liebesminister. Er sagt liebe Väter, eben vor allem frisch gebackene Väter. Er nennt euch selber zum Liebesminister. Also, eben, ich leite das von dieser Triade, er leite das jetzt so ab, oder von diesem Beziehungsdruck. Am Anfang ist die Zuwendung, Beziehung enorm, enorm fest auf das Kind fokussiert. Das ist auch wichtig. Eben, du hast es selber gesagt, das ist also ein Fakt. Also, das Kind ist bedürftig, schutzbedürftig. Das ist halt einfach noch durchgegeben so, dass alles sich auf das Kind fokussiert. Aber die Juhl sind eigentlich dann, nichtsdestotrotz, hey, es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr auf die Paarebene schaut. Und eben, das, was ich vorhin gesagt habe, weil die Mutter auch so ein bisschen, halt, vielleicht eher noch absorbiert ist, für die Fürsorge vom Kind aus natürlicher Sicht her, ist es umso mehr der Rolle vom Vater zu sagen, hey, jetzt schauen wir auch auf das Paar. Er geht dann, meines Erachtens, eben nicht genau darauf hin, was es jetzt genau heisst. Also, heisst es jetzt, im Sinne von, eben, du musst einmal in der Woche schauen, dass du einen schönen Pärchenabend hast. Würde ich jetzt verstehen darunter. Oder, äh, ob du jetzt einfach immer schaust, dass das, äh, Mutter, deine Partnerin wertschätzt, ist dem, dass du vielleicht bewusster auch mal ein Blümchen heimbringst. Da bringt er nicht konkrete Tipps. Ich glaube, das ist eben auch sehr, sehr individuell. Sondern, meines Erachtens, regt Erden viel, viel mehr an, im Sinne von, hey, mach Gedanken, wie, dass, dass die Liebesbeziehung eben, kannst du aufrechterhalten, du bist der Liebesminister, und der Minister ist ganz, ganz, ganz ein wichtiger Job. Ja, ja, finde ich, das ist ein schönes Beispiel, ja. Das heisst, er wäre eigentlich dafür verantwortlich, dass das afrikanische Dorf so ein bisschen wieder gearbeitet würde. Oder, das gehört zu seinem Jobprofil als Vater, dass er eben da Abhilfe schafft, weil die Mutter ist zu fest absorbiert und kann das nicht auch noch, oder soll das nicht auch noch organisieren. Ich würde meine, ja, am Vater darf sich das einfach ganz klar als Aufgabe vornehmen. Ob es dann gelingt, ist auch nicht mal ein bisschen etwas anderes. Also, ich glaube, es kommt dann auch sehr auf die Mutter drauf an, oder ob sie dann das auch zulassen kann, ob sie sich dann darauf einlässt. Aber zumindest sich das mal vornehmen und sagen, hey, ich fände es im Fall gut, wenn wir auch mal aufeinander lügen. Ja, ja. Und für das holen wir uns eben das Dorf hinein oder holen uns Hilfe. Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, wenn wir uns helfen können. Ja, würde ich Mut machen, um das zumindest mal sich zu überdenken oder vielleicht sogar auszuprobieren. Ja, genau, du hast es damit gesagt, das mit dem Zuladen ist ein anderes Kapitel. Aber ich glaube auch, dass man das zumindest mal vorschlagen kann, oder, und sagen kann, okay, wir brauchen einfach für unsere Beziehung auch Zeit. Bei uns ist das so quasi auch sogar eine zentrale Forderung gewesen, jetzt namentlich von mir. Wie man gesagt hat, einmal in der Woche müssen wir diese Zeit haben. Meistens sind wir dann wie tote Fliegen rumgehangen. Aber man hat so quasi wie... Also, du bist auch schon der Liebesminister gewesen? Nein, wir haben es schon beide organisiert. Es waren vor allem meine Schwiegerelter, die dann geschaut haben. Oder auch mal dann, wo wir zwei Kinder hatten, das ganze Wochenende hatten und so. Und wir haben nicht sehr viel gemacht, aber wir haben auch eins gehabt. Und ich glaube, das bringt tatsächlich etwas. Es ist wirklich so, dass das einfach eine massive Entlastung ist. Wenn irgendjemand einspringen kann, es müssen ja nicht immer die Schwiegerelter oder die Älteren sein. Es könnte, wie du es vorhin auch angesprochen hast, irgendjemand sein, der einfach will. Oder ich glaube, ja, eine Beziehung muss gepflegt werden. Es wird immer gesagt, ja, man muss eine Beziehung schaffen. Ich finde es furchtbar, wenn ich eine Beziehung schaffen müsste. Das ist etwas anstrengend. Aber irgendetwas empfiehlt sich so quasi, dass man sich so immer mal wieder findet. Weil das haben wir auch schon gehabt. Oder man ist so ein bisschen verloren, manchmal. Und dann braucht es auch Hilfe. Bei uns ist meine Herzensdame eigentlich viel besser Liebesministerin als ich. Wir haben, oder eben sie hatten den Vorschlag gemacht von einem Bar-Kurs. Mhm. Ja, okay. Mhm. Also, ja, ich glaube, das ist typisch ein männlicher Verhalten. So, äh, Bar-Kurs und so. Aber ich muss ihm fast sagen, im Nachhinein ist das, ich bin irrsinnig dankbar, dass wir das gemacht haben. Weil dort ist es einfach darum gegangen, oder schlussendlich ist es für mich dort darum gegangen, weil wir uns dort angemeldet haben, es sind, glaube ich, das Vierabend gewesen, wo das programmässig abgeboten wurde. Und wir haben uns einfach dort unweigerlich müssen organisieren. Das war etwas Verpflichtendes gewesen. Ja, es gibt ja nicht so, ähm, ja, wir planen eigentlich einen Perliabend, aber, ah, jetzt bin ich doch zu müde, es war doch auch streng, oder, weiss ich nicht, wir verschieben es auf morgen. Nein, wir haben das gebucht, wir haben das auch gezahlt. Und es hat eine Wichtigkeit bekommen. Und nachher eben, jetzt unter Perliabend verstanden wir, oh, und dann musst du reden und weiss ich noch was. Aber das Konzept von dem Bar-Kurs ist eigentlich im Sinne von, es hat das Nachtessen gegeben und es hat so wie eine Gesprächsvorlage, würde ich jetzt dem sagen. Also es hat so wie einen Input gegeben und nachher Anregungen, Fragen, die du hättest einfach miteinander diskutieren zu einem bestimmten Thema, es hat aber ganz klar geheissen, hey, du musst nicht, du könnt einfach nur Zeit geniessen. Und das sind auch andere Älteren? Das sind auch andere, aber du bist für dich, das zweite oder zweite, also du bist für dich alleine dort gewesen, aber es sind auch noch andere, die da oben gewesen. Und das Setting, eben ich also extrem geschätzt, weil es halt einen geregelten Rahmen gegeben hat, wie gesagt, eben es ist eine klare Struktur gewesen, die ich super gefunden habe. Und das hat mir wirklich solche Tage aufgemacht, oh, es ist wichtig, dass wir uns wirklich einfach auch bewusst Zeit nehmen, wo wir füreinander sind. Und eben, wir haben lange nicht über die Themen gesprochen, die uns vorgeschlagen wurden. Zum Teil sind wir einfach wirklich auch nur dort gewesen und haben über sehr, sehr oberflächliche Sachen gesprochen. Und das ist auch schon gut gewesen. Was sind denn für Themen vorgeschlagen worden? Ich weiss es gar nicht mehr. Ich weiss es gar nicht mehr. Ich kann dir auch schon sagen, was wir jetzt auch machen, aber das ist meistens auch von meiner Frau initiiert. Zur Adventszeit, es gibt so ein paar Zeiten Adventskalender, also jeden Tag, also 24 Tage lang einen kleinen Impuls, bekommst du eine kleine Aufgabe, die du miteinander machen kannst. Die sind ganz unterschiedlich, eben zum Teil heisst es, tauchen die auch ihren Erinnerungen, was sind schöne Erinnerungen? Oder zum Teil jetzt auch kleine Übungen, die du miteinander machen kannst oder irgendwie nette Botschaften oder aufgefordert wirst, um nette Botschaften anzuschreiben und so. Ja, ja. Und das finde ich auch ganz coole Sachen im Sinne von eben auch wieder da, ich glaube, ich brauche das halt einfach für festgelegte Strukturen, die du vorgeben, die dich ein bisschen anleiten, was du kannst machen. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das vielen helfen kann, oder, dass man irgendwie eben sich bewusst mit etwas auseinandersetzen muss, oder bewusst mit, ich finde der Adventskalender super. Ja, das ist wirklich so, ich finde es auch so gut, das muss ich eine Anekdote noch setzen, ich finde es auch gut, ich glaube, letztes Jahr ist das gewesen, habe ich den Liebes, also ich tue den auch viele, auch Kanzler, weißt du, in meinen Beratungsgesprächen mit den Väter im Sinne von, hey, eben nimm auch die Liebesministerin und der kommt meistens sehr gut da, ich finde den auch super, für mich macht er halt einfach auch Sinn und eben da bin ich selber wieder mal auf dem Flow und sie hat gefunden, das mache ich wieder mal, der Liebesminister, habe dann ein paar Zeit den Kalender bestellt, im Sinne von, hey, ich habe eine super Sache gefunden, wir machen es wieder und so und dann ist meine Frau gekommen und gefunden, du, aber, das habe ich dir erst gerade gesagt, ich habe den schon längstens bestellt, okay, nein, aber sie hat es, sie hat es doch sehr als nett inschiessen, obwohl, dass ich nicht gut hergeholt habe, was sie mir das mal tatsächlich erzählt hat, und ja, anschlusssendlich haben wir dann zwei Fanskalender gehabt. Und jeder hat seine Übungen gemacht? Nein, 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 ich meine, gerade in dem zweiten Jahr habe ich dann einfach weiterverschenkt an meine Eltern. An deine Eltern? Ja genau, Papier, das musst du auch mal hernehmen. Der Papapodcast. Okay, also da, auch im, sagen wir mal, im Alter, wo die Kinder schon weit weg sind, und dein Bruder ist ja schon ausgezogen, nehme ich mal an, würdest du das empfehlen, so für die Paarbeziehung. Oder kannst du das empfehlen, oder ist das dann einfach auch eine Art und Geste, oder? Ja, also, also die Paarbeziehung muss man ja stetig schaffen, oder? Ist man nicht ein Selbstläufer? Nein, selbst sicher nicht, aber weil wir sie ja jetzt in Verbindung gebracht haben mit Kindern. Darum finde ich es jetzt noch spannend, oder? Ja, das ist ja die... Das können wir da noch an den Bogen machen. Also ich glaube halt, mit Kindern hast du halt die anspruchsvollste Zeit, oder eine von den aller anspruchsvollsten Zeiten für die Paarbeziehung, weil die halt einfach wegrationalisiert wird. Die zweite anspruchsvolle Zeit, wann kommt die? Wollen wir es noch benennen? Wenn die Kinder ausziehen? Wenn die Kinder ausziehen, die habe ich jetzt noch nicht durchgelebt, aber es wird sicher dann sein, wenn die Kinder ausziehen. Es gibt einen psychologischen Ausdruck dafür, erst ein bisschen umstritten, der Empty-Nest-Syndrom. Ich weiss auch noch nicht, was da auf mich zukommt. Das ist bald soweit, glaube ich. Aber meine Frau sagt immer so im Scherz, du hast ja eh die Angst davor, wenn die dann weg sind. So in dem Stil. Weil ich immer so hin- und hergerissen bin zwischen wenn sie uns endlich aus und oh nein, was mache ich nachher? Dann muss ich noch mit der Frau reden. Dann kann ich nicht mehr einfach mit den Kindern spielen. Genau. Ja, aber ich vermute schon etwas mit dem zu tun. Also wir witzeln jetzt drüber, aber ich kann mir schon vorstellen, also es gibt einen Ausdruck, aber jetzt umstritten ist er nicht. Ja, genau. Als er geschaffen worden ist, war vor allem die Frau betroffen. So quasi, wo das traditionelle Familienmodell gelebt worden ist, weil die Frau dann so quasi keine Aufgabe mehr gehabt hat. Ja. Und heute betrifft es vielleicht mehr Beide. Und darum könnte es uns auch interessieren als Väter, die einigermassen engagiert sind zu Hause, in der Familie. Was machen wir, wenn die Kinder weg sind? Eben, du hast es ein bisschen fies ausgedruckt, oder? Jetzt muss ich wieder ernsthaft mit meiner Frau reden. Oder Themen, die mich eigentlich, ich weiß gar nicht, Zeit mit ihr verbringen. Zeit, was machen wir zusammen? So genau, Ferien allein, ich kann doch nicht nur rumliegen. Vorher habe ich Sandburgenbauer bis zum Abwinken führt einfach keinen Weg darum herum, um halt einfach aktiv im Gespräch miteinander zu bleiben und die Sachen mal auf den Tisch zu bringen, auch wenn es mega anstrengend ist. Massiv anstrengend. Massiv. 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 Es ist eine massive Attacke auf die eigene Integrität. Der Papa-Podcast. Also können wir zusammenfassend sagen, für die Barveränderung durch Kinder oder eben auch wenn die Kinder mal ausziehen, um da möglichst präventiv vorsorglich für eine gute Barbezirk zu schaffen. Es ist nicht die Lösung, aber sicherlich ein zentraler Schlüssel muss einfach miteinander Es ist mindestens ein Besuchwert, oder? Dass man, bevor die Kinder kommen, oder das Kind, das erste Kind kommt, schon darüber redet und dann, bevor das Kind abhaut, darüber redet. Und was ich auch noch würde sagen, kommen wir jetzt in den Sinn, ich glaube auch mit anderen darüber reden. Ja. Das hilft glaube ich auch extrem viel. Also gerade wenn du merkst, hey, also gehen wir jetzt nochmal zurück, du hast Kinder, frisch bochene Kinder oder gerade geborene Kinder und dann merkst du einfach, hey, es läuft bei uns in den Paarbeziehungen nicht so gut. Einfach mal auch mit anderen darüber reden und dann wirst du ziemlich schnell merken, dass du eben nicht der Einzige bist. Schon das kann einfach nur gut tun, im Sinne von, hey, es geht vielen anderen gleich. Das ist der Papp-Podcast gewesen. Ein Gespräch unter Vetterer. Ciao zusammen und bis zum nächsten Mal. Der Papp-Podcast war doch Porque 1 1 1 2 2 4 Untertitelung des ZDF, 2020